3, 2, 1 Übrigens Leute, ich bin auch extrem kurz vor Arena 10 Also ich hatte eben 2975 Pokale Und ihr glaubt es nicht Ich habe viermal gekämpft Ich habe viermal ein Unentschieden gemacht Und der fünfte Fight Den habe ich einfach verkackt Und dann habe ich so eine riesen Losing Streak bekommen Und dann habe ich einfach mal gesagt Okay Gamersepp, kämpf du mal bitte für mich Weil ich konnte einfach nicht mehr Ich hatte so hart reingeschissen Ja und dann hat er mich wieder auf 2800 gepusht Und jetzt habe ich mich wieder auf 2918 gepusht Also theoretisch mir fehlen so zwei Kämpfe Drei Also wir machen jetzt noch Goldstruhe Das wird eh wieder nichts Er zieht Rambok, er drückt drauf und zieht Rambok So Leute Jetzt kommt das extrem klasse Ich habe eine Legendary Chase 100.000 Gold und 1200 Juwelen Wir machen das jetzt Wir sehen uns dann gleich Nach einem Cut Wenn ich das gekauft habe Maschallah All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Tschüss Ey nö Nein Nein Nicht mal ernst Eismagier Geil Aber Aber Ja geil ist mir jetzt auch egal Ihr seht es Jetzt kommen 100.000 Und ich würde sagen Du machst erstmal ein paar Upgrades Nö Und du hast Nein Ich habe alle Karten aufgegradet Damit ich aufgraden kann Upgraden kann Ja geil Übrigens Leute Heute werde ich suchten In Arena 10 Ich bin wieder kurz davor In Arena 10 zu kommen 2.900 irgendwas Pokale Und Leute Ich habe keinen Bock Wieder abzusteigen Jetzt im Ernst Das tut so weh Wenn man absteigt Deswegen Ja Ja Leute Ich würde sagen Das war es von dem kleinen Opening War zwar nicht so lang Aber egal War auf jeden Fall mega nice 100.000 Gold 1200 Gems Plus Legitis Gönnt euch das mal Ach ja Leute Was ich euch noch sagen wollte Ich kann damit Mir Einfach Insgesamt Mit dem ganzen Angebot 5 Legendaries holen Von den 1200 Gems Kann ich mir 2 Fucking Legendary Chests holen Wenn ich den im Angebot habe Von den 100.000 Gold Kann er auch 2 Legis holen Und von den Legendary Chests Die ich eh schon hatte Habe ich mir den Eismargel geholt Der zum Zu deutsch Einfach nur Verkackt Scheiße ist Moan Ah Aber Schau Leute Ne ich Ich sag das Schlusswort Jetzt reicht's Es ist Obst im Haus So Leute Abonniert auf jeden Fall Grilly Let's Play Abonniert mich Folgt mir und ihm auf Instagram Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao